Glaubt mir, niemand platzt ins Geschäft über Nacht so wie Eck Das ist Taliban, Vatikan, Ratzinger, Swag Germany, Italy, knock dich aus wie Vitali Erst macht ihr auf Twitter beef, danach seid ihr Ficker lieb Alles nur Verräter, ich brauche keine Freunde Wenn die 40 Schräuber kommen, laufen deine Leute Bruno Sammartino, Bruno Labbadia Maurizio Gaudino, Waffaculo, Mamma Mia Werde niemals satt, will ein pralles Leben führen Bin jetzt in der Stadt, die alle Wege führen Ferrari Hebel Türen Die Ausstattung ist wow, raus aus dem Plattenbau Mit ner zauberhaften Frau Ein gutes Glas Wein, verschlinge meine Pasta Das hier ist mein Leben, ich bin King Und damit Basta, du Bastard Jetzt bin ich warmt, aber lasst sie bitte Schließe Wir sind hier am chillen in Rom mit meinen Jungs Die Rom Boys Gangster Lou hat kleine Kumpels vorbeigeschickt Und auf jeden Fall alle herzte Sahne Die Jungs Macht noch richtig Bock hier Rom Lifestyle Der oberen 10.000 Hier fette Schritte, überall wo man sieht Mit denen sind sie alle hier Mein Bro Gangster Lou, der ist wie der Party, Alter Guckt euch ihn an, als er schon wieder angezogen ist Das ist ein Big Pimpin, Alter Das ist ein Nate von Rom, Mann So sieht es so aus Guckt mal hier Er Gitano Schaut euch sein Gesicht an, Mann Das ist das Was du sagst, was er so sagen will an der deutschen Hip-Hop-Szene Ich frage ihn gerade, was er so sagen will an der deutschen Hip-Hop-Szene Ab heute sind das harte Schwänze für Hip-Hop da draußen Das hat der Gitano gesagt Yes, ja Und wir drehen einen Clip heute und morgen Mit Mr. Cioni, Saga, Gitano Das sind so die 40 Räuber in Italien So dabei Er kommt aus Torpella Monaca Das ist so die Hutsu hier Der Dovigeni Piedralata Piedralata ist auch so eine voll heftige Gegend Saga kommt auch aus Torpella Monaca Und die sind so... Von dem Block Von dem Block, Baby Das ist wassup, Mann Habt ihr mich? Ihr habt die schmalen Gänge gesehen, die wir gegangen sind in Rom Und wo die Räuber waren Und wo alles so geschehen ist Und wie gesagt 1,2,3 Polizei Ja, 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 ja! Hey yo, compa, come farai? Se mai mi dirai, io vivo like the life Mi scacciono, chiama il mio nome My name is Pim, Italia, Papponi Suo nome è Papponi, è lo stile italiano Se faccio i rap insieme a Ego Fresh, ho il mio socio Gitano Lo faccio così, come viene, it's like this Diciamo pure tutti in coro, fuck the police E' così che si fa, questo è lo strada gemma 40 ladroni, questo è lo stemma Tu lo sai, la gente non bestemmia Faccio un rap che ti piega e che ti insegna Questo è il rap col bussette, Deutschlandcar Poi ci abbiamo pure il rapper, Deutschlandstar Andiamo al bar e prendi un caffè Che faccio il rap che fa per tre, soprattutto fa per te E questo sai che è il gruppo, quando arriviamo noi Siamo in fase di sviluppo, mentre giro il lupo Questo video insieme agli altri, e poi montano le basi Young Lee sui quattro quarti, e tu lo sai come si muove Se è internazionale, questo è il rap che ti lascia a terra Come un colpo marziale e non parziale Saga Spur, Perù E io poi Mi ha godrato un attimo Ciao, ciao Buongiorno 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 Die Hefte sind auf Droge. Die Klenke ist vor der Haskott. Steppen uns auf die Frübe. Glaub mir die Notratze ins Geschlepfe. In der Nacht so wie Ege. Das Australi war ein Barsen kam. Das sind aus dem Weg. Kamera, Kamera. Der Cielo, der Schennero. Man provete a bene. Percorre batte fort. Te fa gonfiale mine. Oste va bene adesso. Tutte queste scene. Già bis su die Rissuri. Sfattono le peni. Un'ecchio, il Tramponino, vei la libertà. Quel ferro alla Tempia. Niente può aiutà. Contro sta vita in fame. Che solo quella stretta. Perce che bene a ci. Una vici fritta nell'occhneco rollo. In testa la vendita. Sta vita in am merda. Ja, Freezy am Start. Ich bin jetzt in Rom. Kleine Pause. Wir sind am Filmset vom Gangsterlobe-Video. Und ich wollte euch nur mal hier diesen Ausblick. Den wollt ich euch nicht vorenthalten. Das ist einfach, wie wir leben. Das ist LIFE. Rom. Warte mal, ich sag mal nochmal. Rom. Rom. Guckt euch das an, Mann. Und wenn ihr denkt, das ist jetzt hier irgend so'ne... Irgend so'n altes, abgefragtes Haus oder so. Und ich hab mich einfach nur auf irgend so'n Killsturm gestellt oder so. Dann zieht euch das Haus rein. Da sind noch keine Möbel drin. Aber der Gangsterlobe ist schon dabei, die zu bestellen. Und ich überleg hier wirklich auch länger wieder mal hinzukommen. Und vielleicht sogar einen Eindruck zu bekommen und mal sehen. Hier ist das Obergeschoss. Hier ist das Obergeschoss. Wo sind die Möbel? Wo sind die Möbel? Wo sind die Möbel stehen? Wo sind die Möbel? Die Küche steht schon, weißt du? Die Küche steht. Das ist hier der Küchenstyle und typisch italienisch. Auch für mir sind sich darüber bewusst, dass der Quadratmeter hier von 12.000 bis 16.000 Euro Das heißt, wir sind hier bei einer Wohnung von über 200 Quadratmeter Wenn wir nur von 12.000 Euro das Quadratmeter geben, sind wir hier schon bei 3-4 Millionen Hier ist das Erdgeschoss und Videoteam ist hier schon am Vorbereiten Guckt ihr den Scheiß, Mann, mit Mosaik und so So, hier und für alle Bauern, von euch, wie Borat, gibt es ja ganz schön viele bei uns, die nicht wissen, was das ist Das ist ein B-Day, motherfucker Damit putzt ihr euch in den Arsch ab, ihr Wichser Ja, Mann Samir, ein bisschen über Design, oder? Oh Also Ne, das ist glaube ich der Begeber der Kleiderschrank hier Das ganze Zimmer Das ganze Zimmer ist ein Kleiderschrank, oder? So, und jetzt zeige ich euch noch die letzte Aussicht Ja Das ist nice Dann hol ich ein paar Möbel bei Poco Bei Poco de Mene Ja, Mann Was soll ich euch sagen Das ist so die Zweitruhung hier vom Gangster-Low Und ich überleg halt hier vielleicht während meines Albumprozesses einfach hier hinzukommen Der Gangster-Low hat sich hier einiges aufgebaut Vielleicht einfach mal hinkommen und die Inspiration der Stadt und die Aufnahme Und dann wird das nächste Album auch ein wichtiger Klassiker werden, bin ich mir sicher Ich schreibe gerade Summer Jam, damit du auch weißt, was für einen Live-Sag wir hier fahren Und ja, das ist alles noch mal Aber nächstes Mal nämlich wüsste ich mit Pro www.poco.rg.g.info Vielleicht ist es ein Kind Vielleicht ist es so. Wo ist es ein Kind Wie ist es so? O-Istern Und wenn das ein Kind Wie ist es wunderbar Die Kind Und das ist nicht nur die Mitbevendung Vielen Dank.